In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2008 sind die sibirische Tigerdame Shakira und ihr Partner Ike stolze Eltern von Fünflingen geworden. Die Kleinen werden von Shakira selbstständig und äußerst liebevoll aufgezogen. Da sibirische Tiger in freier Wildbahn durch den Menschen fast ausgerottet sind, ist das Ereignis umso freudiger. Die Minitiger sind schon jetzt im Tigergehege des Tierparks Ham zu beobachten. Die Fußballschmerzen sind hier in der Welt. Sie kommen hier in der Welt mit einem Flachschmerzen und die Flachschmerzen. Die Flachschmerzen sind hier in der Welt. Sie kommen hier in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020